Ich dachte, das hätte ich getan. Und haben wir ihn noch. Zerspalter... Ach, das ist jetzt Osiris. Okay. Niederschmettern in der Luft. Zweimal vorwärts und Y... N-n-n-n-n... Avenue in A-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Und diese Gegenstände, die... kosten... Geld. Goldene Kugeln, großer Lebensstern... Gesundheitskreuz. Naja, auch was. Dann schau ich mal schnell auf dieser Seite vorbei. Und finde... ...einen Gesundheitsstern oder... ...irgendwie sowas. Jut. Ich muss einen anderen Weg finden. Äh, nein. Definitiv komm ich da nicht durch. Immerhin! Gut das, was hinter mir wieder... ...soweit aufploppt. Ah, ich hab aber schon so'n Kettensägen Freund gehört Ja, ich glaub, das war gar nicht so'n Kettensägen Ah Irgendwas, was hier sonst noch passiert ist? Nicht großartig Nur das hier Okay So geht's auch Genau, danke, dass du mir den Weg freimachst Einmal hier die kleinen Süßen wieder abschießen Die keinem was zu leide tun können Ähm Moment Wie soll ich den bitte schön mitten im Flug erledigen? Also ich kann schon anvisieren Aber ich spring nicht hoch genug, dass ich wieder drankomme Okay, den ganzen Blick mal vorne Mal schauen Irgendwie wird das gehen Da fuchse ich mich jetzt glaub ich durch Mich interessiert das gerade Ach, schießen ist ja Sowieso nicht Hm Aus der Entfernung geht das Das andere war nur einfach zu hoch oder was? Oder wie? Oder wie? Oder was? Oder hä? Na ja Lass mich dir bitte noch etwas zeigen Lass mich dir bitte noch etwas zeigen Aber das ist ja schon irgendwie interessant Wenn ich diese Reise mache Dann scheine ich ja Vielleicht wieder was Neues zu lernen Ich weiß noch nicht so genau Eine neue Fertigkeit freigeschaltet Der Engelsschub Befördert Dante vorwärts Solange er sich in der Luft befindet Die linke Triggertaste und A Für den Schub Okay A Aha 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 Wenn man das jetzt sogar Verwende einen Schub Gegen Ende einen Sprung Zum Ja Wenn man das jetzt noch großartig Versucht zu kombinieren So wie ich das natürlich nicht kann Muss ich jetzt hier hochlaufen? Ne Ich muss Hier lang Dann sollte ich eventuell nicht die Tasse drücken Gut Engelsschub und Schub können verbunden werden Achso Das ist ja Die Tasse So langsam kriege ich Sinn Schön dass du das meinst Ich mein das nicht Schub und Dämonen Anker Können verbunden werden Oh das war aber knapp Geht Na ja Immerhin eine kleine Technik Schub 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 Gut verstehe ich sie denn, ich zerstöre sie höchstens. Warum erinnere ich mich nicht? Pathos! Geht! Nein! Bis zum nächsten Mal.